Alter Schwede, ich hab mich auch sofort ausgezogen, aber auch nur hintenrum. Einen wunderschönen guten Hallo meine Freunde und seid herzlich willkommen. Heute wie immer eine richtig beschissene Folge GTA, ein Skilltest Train. 6 Prozent. Ob wir jetzt mit dem Zug rumfahren, keine Ahnung. Clickbait ist auf jeden Fall da bei uns. Hallöchen Deko. Ich kaule euch die Müste. Digga, warum schon wieder BMX? Hast du mich nicht mit der Clubmap gerade erst genug zerstört? Was ist das jetzt für Müll? Ist das nicht dieser Gabelstapler, den ich bei der Hot oder Schrop? Ne, hä? Was ist das? Das ist so ein Flugzeugabschlepper, oder? Das kann ja noch richtig geil werden. Oh, ich werde Albträume kriegen. Oh, ich werde Albträume kriegen. Oh, oh. Damit müsste man so einen Ausguter fahren auf der Kirmes. Oh, das ist ein Verwandlungspunkt. Verwandlungspunkt zu was? Zum Wolf, glaube ich. Wulff? Oh nein. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Müssen wir hin, nach oben einfach nur? Ich glaube ganz nach oben einfach nur, ja. Ah, da müssen wir hin. Ich komme hier unten. Ähm. Niemals, oder? Ah! Ah! Wo ist der Punkt? Ach, da. Hä? Hä? Es hätte funktionieren können. Da ist der Punkt. Warte mal, hier. Ah, ah. Ja? Äh. Ah! Das war genau das, was ich tun wollte. Hä? Das war genau mein Begehr. Warte mal hier. Warte mal hier. Hä? Was raffst du denn nicht? Ich bin schon beim Punkt. Was ist dein Problem, Alter? Ah, einfach hier. Ah. Hä? Hä? Wie sind wir denn gerade gelaufen? Es war ja richtig gescheuert. Stiger Anfänger, ey. Ich hab's ja gar keine Ahnung. Ähm. Er labert mich zu. Unfassbar. Oh, ne. Cool. Ich werd dich nicht abziehen, Alter. Ich werd dich. Das kennst du aber so schon. Huah! Ähm. Ähm. Hallo? Jetzt aber ein bisschen schneller hier. Oh, bein. Das war zu früh. Das kenn ich. Ja, 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 ja. Nein. Nein. Oh, oh, oh. 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 Oh, Deko. Also, so weit ist es aber auch nicht gekommen. Ja, ich hab gerade den letzten Sprung verkackt. Hier zum Punkt. Hallo. Aber nicht. Ein bisschen, äh. Du spät abgejettet. Digga, er sagt, er zieht mich ab, oder was? Wieser Chacko, ey. Ja! Ah! Tampon-Sex. Ciao, Deko. Ja, er drückt mich weg, oder was? Schiebung! Schiebung! Schiri! Wie kommt man denn da unten? Ah, so. Erster Platz, Digga. Was ist los? Lass uns mal rammen. Ich stehe jetzt mal hier. Digga, du hast gerade schon deinen Tampon in meinen Rektum reingestreichelt. Explodieren wir? Ramme ich mal. Ich stehe jetzt mal hier. Wir machen jetzt die Hindenburg. Ja! Als wäre das so ein Metall oder so. Verzieh dich, du Ferreiro-Küsschen. Warte, ich würde dich mal richtig wegäumeln. Geh mal in die Ego. Meinst du, so sieht Elefantensex aus? Digga, ist einfach gar nichts. Als wäre ich wirklich in so einem Zug. Du, du! Richtiger Harry Potter Zug hier. So, ich muss mal hier ein bisschen mehr Holz ins Feuer legen. Aber so sieht schierlich aus. Keine Ahnung, was vor mir und neben mir ist. Ich hab den Punkt nicht gekriegt. Ich glaube, ich mach nochmal so, neben meinen Autoführerschein, mach ich noch so einen Zeppelin-Führerschein. Ich hab eiskalt den Punkt nicht bekommen, ne? Das ist ehrlich. Und du kannst nicht rückwärts fliegen. Ey. Ja, Digga, wir sehen's dann, ne? Ja, ich würde sagen, ich cruise jetzt erstmal. Ich liebe! Liebe geht raus! Muchachos, talk die net selber! Wo ist der Chaco jetzt schon? Ja. Ne, ich bin hier erst. Welche Taste ist eigentlich zum, welche ist zum Gas geben und welche ist zum Hochfliegen? Ich glaube, W? Ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Brauch ich nicht erkennen. Gut, dass wir Marvin ins Zeppelin in die Hand drücken. Aber immer noch schneller, ne? Hallo? Kann doch gar nichts passieren, weil. Ja, minimals. Ja, weil ich auf dich gewartet habe, wie dieser Chaco. Ja, warten! Du bist auch so schneller gewesen, weil du mich am Anfang weggerammt hast. Da kannst du auch mal warten, finde ich. Alter Schwede, was kommt da alles noch? Das siehst du aus, es würde noch Formula kommen. Irgendwelche Sprünge. Es wird auf jeden Fall interessant. Und lass dich überraschen. Achso, übrigens. 6% nur. Bis jetzt. Wie viel? 6. 6! Aber vielleicht hatten die Leute ja keine Ahnung, wie man den Wolf steuert. Kann ich mir aber nicht vorstellen, dass so viele das nicht wissen. Schon schwierig auf jeden Fall. Aber sonst spielt man den ja nicht ganz so häufig, ne? Ja, der ist schon selten, muss man sagen. Schon nicht so ganz so häufig. Hey! Ey, spring doch, du Ficknacken, Alter. Ich komm nicht mal mehr hoch, ey. Und jetzt. Hey! Hey! Du drückst einfach Leertaste und Leertaste und er macht einfach, er denkt sich so, ja, genau, als ob ich jetzt springe. Hier will ich jetzt Deco nochmal sehen. Ich glaube, das Fahrrad ist übrigens die Scorcher. Oder ne? Ist das dieses krasse Gelände-BMX-Teil? Ne, ich glaube, es ist einfach nur BMX. Digga, was für Tricks war hier? Das ist einfach nur BMX, ja. Was für ein Trottel. Boah, die Tricks hier! Siehst du das? Digga! Ich bin einfach hier. Wie heißt der? Dieser Tony Hawk. Aber auf dem BMX. Tony Hawk war Skaten. Ich weiß, aber auf dem BMX eben. Gibt's da irgendwelche coolen... Äh, Fabio... Fabio Wittmar. Werde ich in jedem Stream acht Trilliarden Mal nachgefragt. Genau, Fabio Wittmar. Finde ich tatsächlich. Also, ich krieg wahrscheinlich das Hate ab, aber... Also ja, es ist schon spektakulär, aber ich muss jetzt nicht irgendwie jedes Video sehen von dem. Wenn ich eins sehe, dann reicht das. Der Hate is real! Dann ist mein... Mein... Spektakul... Spektaka... Spektakel... 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 Spektulü... 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 Mein Spektulü-Meter ist dann gefüllt. Man kennt ihn, ja. Man kennt ihn. Muchachos in die Kommentare. Hashtag Spektulü-Meter. Oder speckiger Cthulü. Oder... Oh nein, Formula. Oh, Formula! Nice! Ja, aber Formula mit Flips. Digga, die Map, ey. Ich frag mich echt, wann der Train am Start ist. Den Train, den muss ich auf jeden Fall sehen. Na? Ich seh nicht, Bruder. Ich seh nichts! Oh. Kuah! Ich seh nichts, Bruder! Ich seh nichts, Bruder! Hallo, Bruder! Bin ich durch? Ist das der DA1? Ich glaub, das ist der DA1, ne? Ich glaub, das ist der DA6. Ah, okay. Man kennt ihn. Oder der DA8. Könnte auch... Der, der könnte es auch sein. Ich try to weiter sofort, ne? Yeah, 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 yeah. Ne, ich warte auf dich. Nein, 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 fahr! Doch, du bist so schlecht. Kuah! Außerdem hast du auch auf mich gewartet. Zwischendurch, auch wenn es war, weil du mich getrollt hast. Aber ist egal. Ich bin... Ich bin, äh... Ein Kollegen, Mann. Da kommt er. Da kommt er. Hallo. Ich hab nichts getan, Alter. Ist doch eher... Denkst du wirklich trollig? Deswegen, ich find das so weird. Ich bin das nicht gewohnt. Wow! Oh! Hallo? Oh! Oh! Hast du das gesehen? Ne. Ich fahr dir einfach mal hinterher, ne? Dann sollte das her funktionieren. Ja. Hä, du wolltest mit herfahren, Junge? Okay, ich glaube jetzt. Hast du es geschafft? Hast du es geschafft? Digga, ich fahr wieder... Ja! Ganz am Rand fahr ich einfach. Hä, aber was war da denn jetzt so schwer? Ja, ich hab beim ersten Mal die Kurve nicht bekommen, weil ich sie nicht gesehen habe aus der Elkoperspektive. Hallo? Hä, du hast verkackt? Ja. Wer war da jetzt so schwer? Klassiker. Hahaha. So, Speeded. Ist da der Punkt? Äh, danach, also nach der Kurve kommt eigentlich der Punkt, ja. Nein. Deswegen, äh, wo, wie. Ja, ja. Ich hab doch gesagt, ich bin dann mal Rad lang gefahren. Ja, aber warum? Oh. Ja. Das fahr ich mich auf. Windrad-Kontrolleur-Deko! Nummer 1. Windrad-Kontrolleur-Deko Nummer 2. Oh mein Gott. Windrad-Kontrolleur-Deko Nummer 3. Das sind wir durch. Easy peasy first try. Ich muss sagen, wir waren von der Konsistenz her alle äußerst, äh... Lederig. Lederig? Lederig. Aber du kannst doch überhaupt nicht ausweichen. Lederig. 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 Nein, nein, nein. Ja, und jetzt noch hier hoch. Oh, easy first try. So ein Lama-Kopf, ey. Ich hasse die einfach. Also, ich fand es recht einfach, muss ich sagen. Ja, first try hast du das, ne? Nicht schlecht. Ja, ja, ja. First try, first try, first try. Ich sag mal so, ne? Ja, das scheint es aber echt gewesen zu sein. Also, ich wüsste jetzt nicht, was noch so krasses kommen sollte, dass wir hier nur 6% haben. Ich glaube, es war wirklich der Wolverine. Ja, eigentlich. Also, es muss, die Leute, muss der Wolverine gezeigt haben. Oh, fuck. Bleib dran, bleib dran. Wird nicht wechseln. Ja, kannst du easy dranbleiben? Du warst ein Hurensohn. Alter Schwede, okay, das wird krank, ey. Was? Kannst dranbleiben und dann musst du aber zwei Worldwechsel machen. Gerade. Oh, die finde ich richtig assi. Okay, versuchen wir aber. Achso, oh nein, ne. Na, nein, ich war fast noch dran. Warte mal, kannst du am Anfang nicht einen Worldwechsel machen und hast dann schon die richtige Seite? Ne, da ist ein Brett. Direkt in der Kurve ist ein Brett. Oh, Junge, der war so Profi. Nein, 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 geh wieder runter. Fick dich! Ich hab den ersten so schmuf hinbekommen, Alter. Der sah geil aus, ja. Oh, okay. Das wird, äh... Ja! Martin Schmidt, oder was? Kennst du Martin Schmidt noch? Hieß der überhaupt so? Der Skispringer, der auch Milka-Werbung gemacht hat? Oh, ich bin so ein Profi. Ich bin durch, Alter. Martin Schmidt ist mein... ...mein Schüler gewesen, Alter. Durch? Oh, ich bin richtig durch, ey. Fick dich. Lass los. Oh, es kommt... Oh, ich glaube, es ist relativ einfach, aber es ist einfach mit BMX, ey. Warum? Warum so ne Unnötig? Warum? Komm, 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 komm. Ganz leicht dürig? Ganz leicht dürig? Aber hab ich schnell... Wobei, also im ersten Sprung war ich aber ein bisschen zackig rüber und bin so halb gesprungen eigentlich, aber trotzdem dran gekommen. Sprung, Alter. Und durch den Soap bin ich da angesogen, beim zweiten. Also, äh... Ich versuch auch die ganze Zeit, irgendwie den Soap noch zu erwischen, aber ich nehm ihn in die andere Richtung. Ähm... Beim zweiten... Der zweite war aber sauber. Der erste war ein bisschen... Da hatte ich ein bisschen Lack. Okay, boy. Hey, okay. Einmal mit der Maus gelenkt, das war's nicht. Wie so ein Beschwerdebrief von der Pornunterstellerin. Hallo? Hallo? Ich kann nicht legen! Guck dir meinen Reifen an! Ich kann grad nicht gucken. Oh nein, ich schaff' so was ins BMX danach. Ja. Oh ne... Hast du's gerade so gesehen oder ist das auch geschafft? Jetzt? Ne, ne, ich bin oben am Rand langgefahren, jetzt konnte ich dich nicht mehr bewegen. Aber es ist wirklich, das ist mega viel Platz. Du kannst mit dem BMX einfach langfahren. Okay. Du darfst halt nur nicht zu Sackig lenken, sonst fällst du runter. Oh, da haben wir's. Hol dir doch einfach den Sog! Er holt dich den Sog nicht! Hast du noch Nummer 8 gedrückt? Äh, ne. Ich auch nicht. Also wenn ich das mache, ist es richtig Lust. Hol dir den Sog, komm, hol dir ihn. Hol dir den Sog. Hol dir den Sog. Jetzt kommt wieder so ein BMX-Springer, Alter. Oh, er wird ja noch richtig lustig heute. Lustig, lustig, tralalalala. Ja, das sieht gut aus. Ha! 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 Deine Scheißmutter, Alter! Bei der Plattform mit dem Punkt hab ich verkackt. Ey, das kannst du ehrlich... Oh. Er springt nicht. Warum springt der nicht? Ich drücke doch Leertaste! Du musst die Leertaste länger gedrückt halten. Der größte Gamerspruch überhaupt. Ich hab doch gedrückt, Alter. Es ist wirklich true, Alter. Ich hab ehrlich gedrückt. Ja, aber nur am ersten Mal nach musst du springen, oder nicht? Das sieht cool aus hier. Du musst die Leertaste gedrückt halten die ganze Zeit. Und dann loslassen. Dann springt er. Oh. Oh, ich hab's. Oh. Ne. Das ist random, Alter. Oh, da ist das Ziel. Irgendwo ist das Ziel jetzt. Digga, diese Technik ist einfach nicht für mich. Die Wauerwechseltechnik mit dem Formular. Ja. Ja, muss man halt schon ein bisschen... Ich hab nicht einmal den ersten hinbekommen. Mövenprofimäßig unterwegs sein. Boah, sogar eine Ego-Perspektive hat den Flip geschafft. Ich bin schon eine scheiß Profi. Oh. 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 Oh nein. Jetzt muss ich... Oh nein. Ich muss jetzt den Flip nach unten machen. Mit dem Formular. Oh, lecker. Hallo. Mit dem Formular. Oh. Komm nach oben fahren, Bruder. Oh. First Try, Junge. Wo kommen diese Skills her auf einmal? Oh ja, das erste Mal. Ich bin ganz übergerascht. Ich fange das erste Mal den ersten. Und jetzt bitte. Komm. Also ich sag mal so, ne? Ich fahre jetzt ins Ziel rein und schaffst es nicht mehr. Oh. Fast fähre ich noch rückwärts rein. Hallo. Ne, wenn du ins Ziel fahren kannst, dann mach das ruhig. Ja? Ja. Okay. Ich habe den Train schon gesehen. Das Wichtigste habe ich gesehen. Alles andere sehe ich mir. Ja, okay. Wippen, Kontrolle, Deko. Ich sage ja. Und ich sage... Oh fuck. Ich sage noch mal. Oh. Ey, der kommt gar nicht ran. Ist das nur zu verarschen? Oder kann ich mich echt erwischen? Cool. Egal. Und... ProperWave. Mit einem geilen Skater-Trick. T-60. Snowboard-Jump-Flickflop. T-60. In Ziel, Junge. Komm, ein Try noch. 10. Willi ich es den ersten jetzt? Komm schon. Oben flach, ne? Oben flach. Echt? Okay. Ja, oben flach. Ja, das sah gut aus. So siehst du die ganze Zeit aus, Bruder. Aber 6% geile Scheiße. Train, ja, wir haben ganz kurz den Train gehabt. Das gibt es nur bei den Losers. Daumen nach oben, weil dann Matt selber zockt in der Beschreibung verlinkt. Bis dann, reingehauen. Bye, bye.